1. April, 1949 1. Mai, 1999 1. Juni, 1996 1. Juni, 1996 1. Juni, 1999 1. Juni, 1999 2. Juni, 1999 1. Juni, 1999 1. September 1996, 1er September 1999, 3, 1er Oktober 1999, 2, 1er November 1999, 1er Dezember 1999, 2e June 2019, 3, 2, 1, September 25, 1er April 2021, 3, 2, 1er September 2021, 3. September ó 9, Untertitelung des ZDF, 2020